Ey, yo Leute, was geht ab? Der Rami kommt jetzt wieder back am Start mit einer neuen Challenge with my brother, another mother, oh yeah. Auf jeden Fall haben wir heute ein Challenge ausgesagt, die machen das so, die meisten machen immer diese Wasserschlacht-Challenges und sowas. Die machen das dann halt so, der Verlierer wird halt von einem Gartenschluch nass gemacht. Und das Ding ist, sowas gab es noch gar nicht, das ist was ganz, ganz Neues. Ich kenne das immer von den ganzen anderen YouTubern, die machen das halt immer so mit den ganzen Wasserflaschen und ein bisschen Schluck Wasser im Mund und dann liest einem eine Frage vor. Wir haben auch einen Gartner, der uns die Fragen vorliest, aber die Wasserwitzflacht-Challenge läuft ganz anders auf unsere Art. Wasserwitzflacht-Challenge. So Leute, wir legen jetzt mal los. Falls euch das Video gefallen sollte, dann gebt uns doch bitte einen Daumen hoch. Und damit wir Bescheid wissen, euch hat das Video gefallen. Und ja, Leute, fangen wir mal direkt an den Auge und los geht's. Was ist ein Hase ohne Karotte? Hungrig. Was macht ein schwuler Adler? Er fliegt zu seinem Horst. Was ist grau, groß und kann telefonieren? Ein Telefant. Die Polizei hat einen Penis gefasst. Er hat gestanden. Was für ein Bär läuft durch den Wald und schreit Kugel? Ein Kugelschrei-Bär. Ein Kugelschrei-Bär. Geht ein Mann zum Zahnarzt. Zahnarzt, sie brauchen eine Krone. Mann, endlich versteht mich jemand. Wie bezeichnet man eine Prostituierte in Italien? Nutella. Nutella. Nutella, Digga. Was sagt ein Gen, wenn es ein anderes trifft? Hallo, Gen. Hallo, Gen. Hallo, Gen. Was macht ein Dieb im Zirkus? Klau. Was ist süß, klebrig und schwingt sich von Baum zu Baum? Darzipan. Darzipan. Beide. Beide. Ey, nein, Bruder. Er hat auch gelacht. Er hat auch gelacht. Als erstes er. Leute, das Ding ist einfach, es ist nicht nur einfach eine Wasserstelle, sondern es muss auch wehtun. Es tut auch weh, indem er einen ganz langen Strahl aufsetzt. Und dieser Idiot macht mich nicht aufm Gesicht und nicht woher, sondern Dirk ins Auge. Baum. Sagt der Wind zur Palme, halt die Nüsse fest, ich blas die gleich ein. Was macht ein Mathematiker auf dem Klo? Pipi. Puh. Treffen sich zwei Zitronen. Kommt die eine nicht, ist die andere sauer. Was war das, Alter? Oh, Bruder, ist das kalt. Diese Idioten. Was ist braun, klebrig und läuft durch die Wüste? Ein Karamell. Treffen sich zwei Blinde, sagt der eine, hey, lange nicht mehr gesehen. Sein Karamell. Sein Karamell. Google übersetze. Google übersetze. Google übersetze. Einfach besser als Google. So Leute, auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert, Rami, Korkmaz, mein Bruder, auf jeden Fall, überall, Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, you know what I mean. Wir sehen uns beim nächsten Mal Leute, haut rein, bleibt aktiv und Peace. Was ist orange-rot und riskiert alles? Orange-Morange TV. Hey. Hey. Bis zum nächsten Mal.